Ihr Lieben, wir grüßen euch vom Wilden Kaiser in Österreich. Unsere Kinder möchten einen Skikurs machen und dafür brauchen wir erstmal Helme, Skischuhe, Stöcke und Bretter. Beim Schuh- und Sport-Profi Günther Schieferleih geben wir unsere Daten in den Computer ein. Alter, Gewicht und Erfahrung sind wichtig für die passende Ausrüstung. Einzelstunden helfen dabei, sich auf einen Schüler und sein Tempo zu konzentrieren. Während der Schnee verführerisch glitzert, werden die ersten Grundlagen spielerisch erklärt. Emily und Leon können an einem Kinderlift zum Anfängerplatz fahren. Führt eure Kinder behutsam und individuell ans Hobby heran. Gebt ihnen die Zeit, die sie brauchen. Jedes Kind ist anders. Verderbt euren Kindern nicht die Freude am Skifahren durch einen zu frühen Start. Denn viele Dreijährige sind noch nicht so weit, dass es mit dem Skifahren klappt. Das ist ganz normal. Weiter geht's zum Rudelverleih Hohe Salve an der Gondelstation in Söll. Dort erfahren wir, dass für Anfänger auch Tipps zum Schlittenfahren vorteilhaft sind. Immerhin wohnen wir an der holländischen Grenze und haben kaum Erfahrungen mit Schnee. Untertitelung des ZDF, 2020 Am 1. Januar könnt ihr in Elmau das traditionelle Klangfeuerwerk mit Neujahrsarm Sprache, Fackelzug und spektakulären Feuerspringern erleben. Im nächsten Video zeige ich euch die schöne Umgebung von Dornbirnen und weitere Wintertipps. Bleibt dran und hinterlasst mir gerne Kommentare. Dankeschön, bye bye.